Meine Suche, ich sage gerne, eigentlich hat die angefangen an Tag 1 auf diesen Planeten. Also schon sehr lange so gesehen. Ich habe mich immer zurückerinnert an mein Zuhause. Ich bin auch sehr bewusst in diese Welt gekommen, habe gemerkt, wie es immer dichter wurde, immer materieller wurde und wie es eigentlich auch weniger Licht wurde. Und seitdem hatte ich immer so diese Sehnsucht oder auch dieses Gefühl, es muss doch mehr geben. Wahre spirituelle Erfahrungen sind was ganz anderes, als sie irgendwelche Substanzen ermöglichen können. Niemand, den ich je getroffen habe, konnte mir diese Erfahrungen vermitteln oder mir sagen, wie ich das dann anstellen soll, das auch zu erleben, weil natürlich wollte ich es erleben. Aber ich bin dann halt so über die Jahre auch zu dem Schluss gekommen, dass die sich das vielleicht ausgedacht haben oder dass sie das vielleicht erleben können, aber ich nicht. Aber mein Ziel war im Grunde genommen ja, Gott zu erfahren. Also weniger jetzt gesünder zu werden oder ein tolleres Leben zu haben oder mehr Geld zu verdienen. Ich wollte Gott erleben, erfahren. Es war unglaublich viel Licht, unglaublich viel Kraft und so viel Liebe, dass du es gar nicht aushalten kannst. Also du kannst so viel aushalten vielleicht von dem, was möglich ist. Und genau dessen bist du dir bewusst. Und beim ersten Mal, wo ich es erlebt habe, habe ich mich auch unglaublich klein gefühlt in Gegenwart dieses Unendlichen. Und als ich es dann wieder erlebt hatte, dann konnte ich schon ein bisschen mehr nehmen, vielleicht so viel. Schlussendlich habe ich dann ja mein Herzensanliegen, mein Herzensprojekt verwirklicht. Und das ist ja Menschen in die Freiheit zu bringen, Menschen mehr zu sich selbst zu bringen. Schlussendlich Menschen auch zu Gott zu bringen, tatsächlich ja. Ich glaube, es ist das. Also, ich werde euch noch nicht mit der Stelle ausprobieren. Ich gehe auf ihn. Ich werde euch auch noch nicht mit dem, was ich meine Herzensanliegen. Ich werde euch wohl collaboration mit dem, was ich diese Hälte festhalten. Ich muss mich mit der Stelle noch nicht mit der Stelle noch mehr zu幅 Lösen. Und das ist ja meine Herzensanliegen. Vielen Dank.